Hallo und herzlich willkommen beim HiFi Agent. Hier ist der Steven und heute stelle ich euch von Teufel das IMPACT 7300 Set vor. Vorab sei gesagt, dass es das Set in zwei Varianten gibt, und zwar in den Größen M und L. Bei den IMPACT 7300 Set werden zwei Satelliten-Lautsprecher, zwei Säulen-Lautsprecher, ein Center-Lautsprecher, ein Mono-Subwoofer, ein Blu-Ray-Receiver, ein Antennenset, eine Fernbedienung und diverse Anschlusskabel geliefert. Der Mono-Subwoofer hat einen maximalen Schalldruck von 112 dB, einen Frequenzbereich von 40 bis 250 Hz, einen 200 mm Tieftöner und ein Netto-Innenvolumen von 24 Liter. Der Blu-Ray-Receiver hat sechs High-Level-Lautsprecher-Anschlüsse, einen digitalen Coaxial sowie einen optischen Eingang, einen Stereo-Cinch-Eingang und Ausgang, einen 7.1-Cinch-Ausgang, zwei HDMI-Video-Eingänge sowie einen 3,5 mm Kopfhörerausgang. Der Center-Lautsprecher hat eine Impulsbelastbarkeit von 100 Watt, einen Frequenzbereich von 120 bis 20.000 Hz, einen 19 mm Hochtöner und einen 70 mm Tiefmitteltöner. Die Satelliten-Lautsprecher haben eine Impulsbelastbarkeit von 100 Watt, einen Frequenzbereich von 120 bis 20.000 Hz, einen 19 mm Hochtöner und einen 70 mm Tiefmitteltöner. Die Satelliten-Lautsprecher haben eine Impulsbelastbarkeit von 100 Watt, einen Frequenzbereich von 120 bis 20.000 Hz, einen 19 mm Hochtöner und zwei 70 mm Tiefmitteltöner. Die L-Variante hat anstatt der Zwei-Satelliten-Lautsprecher zwei weitere Säulen-Lautsprecher. Das Impact 7300M-Set hat einen Preis von 1.199,99 Euro und die L-Variante einen Preis von 1.249,99 Euro. Ja, das war's auch schon. Viel Spaß beim Kauf. Weitere Vorstellungen gibt es auf hifi-agent.de und bis zum nächsten Mal. Ja, das war's schon.